Ritter in Rüstungen und schöne Damen, allerlei fahrendes Volk, Kräuterhexen, Spanferkel am Spieß und Bogenschießen. Am Strand von Schillig hatte ein mittelalterlicher Markt seine Zelte und Buden aufgeschlagen. Marktzeit ist Friedenszeit, betont der Marktvogt zur Eröffnung. Und so fanden Kämpfe nur zur Erbauung des Publikums statt. Dazu gab's Benkelkonzerte und fröhliches Markttreiben. Untertitelung des ZDF, 2020